Sehr tiefig da sein im Stall und alles hinbekommen, dass man dann Punkt 12 auf diesem Landsgemeindeplatz stehen kann. Wenn ihr dann bei uns auf der Alp seid, da ist der Weg noch viel länger. Da muss man vier Stunden im Busenarsch bis hier. Da tut man und macht bereits den ganzen Stall und alles auf der Rand haben. Da muss man tiefig sein. Jetzt seht ihr hier meine Schneehexe, ihr kennt ja sowas. Habt ihr das auch da in Sicht? Die heisst Schneehexe. Und jetzt, das ist da mein Gerümpel, das liegt dann meistens auf dem Hof. Weil ich am Abend das nicht aufgeräumt habe. Und jetzt ist es so, ich habe euch da so einen Parkour ausgesteckt. Der geht da so einmal ringsherum. Diese Kuhgattern herum da. Und eure Aufgabe ist jetzt, dass ihr in zwei Minuten da möglichst viele Runden hinbekommt. Damit ich auch sehe, dass ihr das effizient hier hinbekommt. Jetzt, wenn ihr wollt, wenn jemand nicht so gutes Profil hat, dann dürft ihr gerne die Schneeschuhe anziehen. Ja, dann rutschst du da vielleicht mal aus und sonst hat also solche Schneeschuhe, die würden dich da tragen. Zwei Minuten, ich stoppe. Was ist jetzt eigentlich genau? Was ist das Ziel? Ja, ja, ja. Jeder Einzelne oder? Ja. Und was, alle, warten wir einmal rumführen? Also, ich sage auf und fertig los und dann kommt alles da raus. Dann geht einer von euch, packt diese Schneehexe und springt da rundherum. Und dann wartet der Nächste hier und übernimmt. Ach, eine Staffel. Genau. Aber wir müssen aber erstmal alle Sachen drauf. Das können wir aber gemeinsam machen. Genau. Also ich sage starte und dann alles drauf und es muss dann immer alles drauf bleiben. Wenn irgendwo irgendjemand irgendwas verliert, dann anhalten und so auch wieder. Ach, dann einmal. Aha. Und dann auch die Schneeschuhe drauf nehmen? Nein. Nein, nein. Also dieser Eimer hier, dann das hier und alles das. Und die Schneeschuhe nicht. Also ihr dürft ihr anziehen, aber warum funktioniert jetzt das nicht? Gut. Alles klar? Seid ihr bereit? Wer geht zuerst? Wir. Komm, ich mach dann. Wir müssen erstmal hier fertig werden. Komm, wir machen das Runde schulisch. Wo ist denn übrigens euer Postblatt? Da vorne auf der Nähe. Aha. Gut. Dann gehe ich das jetzt mal holen und dann schreibe ich hier die Resultate drauf. Ich habe drauf gewonnen. Und dann sage ich auf und fertig los, oder? Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Langsam. 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 Kann man mitlaufen noch raus zu? Ne, ne, ne. Oh, no, pop, 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 pop. Langsam. 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 Langsam.